Sie verstehen schon? Na schön, so etwas kommt vor Examen nach. In den anderen Fäcken geht es ja viel besser. Aber ziehen Sie mir jetzt nämlich die sechs Tierklassen auf. Die sechs Tierklassen sind die ersten Fäden. Saugetier. Und? Zieht es hier irgendwo? Nein, 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 Herr Oberstuhl, den Raum. Für die. Bitte weiter. Doch, wie ist es? Nein, 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 nein. Was ist meine Idee? Drehungslange. Wie bitte? Ach, das Tier, das Tier hat sich verkrochen. Ich kenne es, Tier. Weiter, weiter. Wie hier? Fliege. Fliege. Na ja, Insekten. Sie wissen es jetzt. Und? Lassen Sie es doch mit jedes Ort, was danach beziehen. Welchen wir machen? Na, alles, was Sie sonst noch auf Erden wollen und können. Na ja, damit wollen Sie es gut sein lassen. Sie haben gestanden, mein Fräulein, aber mit sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Hallo. Hallo. Lieber mein Liebkater, ich danke Ihnen. Ja. Hat Sie es geschafft, Konsexin? Gratulieren. Bei Ihnen wäre ich auch ein Stück gut gekommen. Mein ganzes Ziel. Sind Sie mir doch böse, oder? Ach, Ihnen ist aber leider nie ganz böse, da ist. Vielen Dank, darf ich Ihnen erlauben? Heißt, dass das jetzt alles wieder in Ordnung ist? Ach, was? Ich erwarte heute nämlich noch einen zweiten Vertönungsstrauß. Na, los, von dem denn? Na, denken Sie mal scharf nach. Es ist doch so krank, mhm. Ja, aber der ist doch schon lang zur Bahn gefahren. Was? Ohne sich zu verabschieden, das hieß es nicht. Sie haben mir doch den Lautpass gegeben. Was habe ich? Sie haben uns doch einen Abschiedsbrick geschrieben. Wie? Ich habe ihn doch hier, wenn du dich geschrieben hast. Aber der Gegner, ich habe mich doch diesen Brief selbst gelesen und schreiben, dass er nicht der Typ ist und dass Sie nicht von einer Persönlichkeit verlieren. Wie ist es denn? Sie? Na ja, ich habe es ja sowieso nicht geglaubt. Wann geht das jetzt? Das muss ich praktisch schon weg, in drei Minuten. Ich bin dann los, nicht zum Bahnhof, was weh, wenn Sie bei Rot halten. Ich habe noch nicht bei Rot gehalten, dann können Sie die Polizei fragen. Sie haben, you know, es... Sie glauben. Sie verstehen schon. Na schön. So etwas kommt vor Examen. In den anderen Becken geht es ja viel besser. Aber ziehen Sie mir jetzt endlich die sechs Tierklassen auf. Die sechs Tierklassen sind... ... 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 Flügel! Naja, Insekten. Wir wissen es nicht. Und? Lassen Sie sich doch nicht jedes Dorf aus der Nase ziehen. Reifenwürmer. Und alles, was ich sonst noch habe, werden wollen und können. Naja, damit wollen wir es gut sein lassen. Sie haben gestanden, mein Fräulein, aber mit sehr viel Glück. Mit sehr viel Glück. Lieber mein Kaffee, ich danke Ihnen. Hat Sie uns geschafft, wenn Sie sich gratulieren? Bei Ihnen werde ich auch ein Stück Glück geben. Mein ganzes Stück, klar. Seid Sie mir doch böse, oder? Haha, Ihnen kann man leider nie ganz böse sein. Vielen Dank. Darf ich Ihnen erlauben? Heißt, dass das jetzt alles wieder in Ordnung ist? Ach was? Ich erwarte heute nämlich noch einen zweiten Vertönungsstraf. Hallo? Von Wende? Na, denken Sie mal scharf nach. Es ist doch so krank. Ja, aber der ist doch schon lange zur Bahn gefahren. Was? Ohne mich zu verabschieden? Das gibt es nicht. Sie haben Ihnen doch den Laufpass gegeben. Was habe ich? Sie haben doch einen Abschiedsbrief geschrieben. Wie? Ich habe ihn doch nie, wenn Sie sich geschrieben. Aber dann gehe ich ja gar nicht auf den Brief selbst gelesen und schreiben, dass er nicht Ihr Typ ist und dass Sie ihn eher von einer Persönlichkeit verlieren. Wie hieß es denn? Wie? Na ja, ich habe ja sowieso nicht geglaubt. Wann geht das jetzt? Da tut ich praktisch um welche? Drei Minuten? Ich kann los schnell zum Bahnhof und wehe. Ich werde Sie bei Rot halten. Ich habe doch nie bei Rot gehalten. Dann können Sie die Polizei fahren. Ja. Jetzt... Sie glauben. Sie verstehen schon? Na schön. So etwas kommt vor. Examen. In den anderen Teilen geht es ja viel besser. Aber zählen Sie mir jetzt endlich die sechs Tierklassen auf. Die sechs Tierklassen sind... Die erste Tierklassen sind... ...laufen Sie ja. Und? Sieht es hier irgendwie so? Nein, 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 Herr Oma, Entschuldigung, warum? Bitte? Bitte weiter. Suchen Sie das? Meine Brille, meine Gräse. Redenswandel. Wie bitte? Ach, Tier, das Tier hat sich verkrochen. Ich bin die Tiere. Weiter, weiter. Wie hier? Fliegel. Na ja, Insekten. Wir wissen es nicht. Und? Lassen Sie sich doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Reifenwürmer. Na und alles was Sie sonst noch auf der Erde wurden und können. Na ja, damit wollen Sie es kurz einlassen. Sie haben gestanden, mein Fräulein, aber mit sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Wie war mein Kiefer? Ich danke Ihnen. Hat Sie uns geschafft, Künftig? Gratulieren. Bei Ihnen wäre ich auch ein Tüttchen. Mein ganzes Tüttchen, ja. Sind Sie mir doch böse, oder? Ach, ich bin aber leider nie ganz böse, das heißt. Vielen Dank, darf ich Ihnen erlauben? Heißt, dass das jetzt alles wieder in Ordnung ist? Ach, was? Ich erwarte nämlich noch einen zweiten Tüttchen, Straub. Na nun, von wem denn? Na, denken Sie mal scharf nach. Ey, ich muss doch noch fragen. Ja, aber der ist doch schon lang zur Bahn gefahren. Was? Ohne mich zu beabschieden, das hieß sie? Sie haben Ihnen doch den Laufpass gegeben. Was habe ich? Sie haben uns doch einen Abschiedsbrief geschrieben. Wie? Ich habe ihn doch nie, wenn Sie es geschrieben haben. Aber einen jenigen Tag habe ich noch diesen Brief selbst gelesen und schreiben, dass er nicht Ihr Typ ist und dass Sie nicht von einer Persönlichkeit verlieren. Wie ist es denn? Wie? Na ja, ich habe ja sowieso nicht geglaubt. Wann geht das jetzt? Das tut ich praktisch schon weg, in drei Minuten. Ich kann los, nicht zum Wagen. Wo wird es weh, wenn Sie bei Rot heißen? Ich habe noch nie bei Rot gehalten, da können Sie sich die Polizei fragen. So, ja, you know, it's... She blew up an...